SEGA Ja Gut Ihr müsstet mich richtig hören Und ja Da Sonic Deadshot 4 Episode 2 rausgekommen ist Am 15. Mai Ja genau Ja Wollte ich nicht mit Episode 2 direkt anfangen zu Let's Playen, sondern bei Episode 1 Und da Bulletstorm und Mario und Luigi jetzt fertig sind Geht das ganz gut Und dann würde ich sagen Wir starten ein neues Spiel Schaut aber noch ganz kurz die Story an Die hier steht glaube ich Ja Und zwar Der Böse Dr. Eggman macht von nichts halt um sein Eggman Land zu erschaffen Er verwandelt Tiere in Roboter und sucht die legendären Chaos Emeralds Nur Sonic und der Hedgehog kann ihn aufhalten So und die Charaktere sind Sonic und Dr. Eggman Äh Sonic ist gut Dr. Eggman ist böse Das müsste man eigentlich schon wissen Ja dann würde ich sagen wir starten gleich ein neues Spiel Ja Natürlich Ja Das habe ich mir schon gedacht dass jetzt wieder alles lauter wird Ja Ja das Abenteil beginnt gleich Äh sorry sowas hätte ich eigentlich nicht erwartet Dass das jetzt auf einmal wieder lauter wird Ach naja eigentlich schon Okay ähm Gut und das Cup hat mich auch jemand angeschrieben Aber das ist euch völlig egal Wir spielen Sonic Okay So ja das Abenteil beginnt Das ist die erste Level Der erste Level Na dann Also wir können wieder ja nach links und rechts bewegen Alles gar kein Problem Springen können wir wieder Und was wir jetzt auch können wenn wir in der Luft nochmal springen So eine Attacke Die wir vorne Äh Geschleidert werden Und wir können einen Verfolgungsangriff Yeah Ha So Ja ja Sonic 4 Der sollte direkter Nachfolger von Sonic 3 sein Natürlich Und ja Ich finde es ist sehr gut gelungen Und ja wie ich das machen werde Äh ja Äh erzähle ich gleich Ja wir können ganz cool Verfolgungsattack machen Der erste Level natürlich wieder äh Ja So einen grünen Hehehe Greenhill Ähnlich Ein Level Ja Die Blumen bewegen sich wenn man da Vorbei rennt Alles sehr schön Das war ein Checkpoint wie wir schon wissen Und wir versuchen einfach unbeschadet durch den Level zu kommen So ähm Ich werde es so machen dass ich Eine ganze Zone durchgehend aufnehme Der bringt noch mein Leben Yeah Äh ja Eine Zone durchgehend aufnehmen werde Also alle drei Akte Und den Boss Und dann Ja dann Werde ich das ja Unbeschadet Äh Geht schonmal nicht mehr He Aber egal So Wir versuchen einfach zum Ziel zu kommen Unbeschadet oder nicht Das wird hoffentlich klappen Ja Von vielen leider nicht so gut angenommen Sonic 4 Episode 1 Schon einmal deshalb weil es in Episoden aufgeteilt ist Das finde ich auch nicht wirklich gut aber naja So Ja Ja Und äh Noch dazu sagen vielleicht dass es nicht bleibt Episode 1 kenne ich schon Episode 2 wird dann auf jeden Fall bleibt So Was wir hier haben ist das Team Und natürlich so ein großer Ring den wir aus den früheren Sonic spielen kennen Aus Sonic 2 Bei Sonic 3 gab es Ja Die auch aber nicht am Ende des Levels sondern irgendwo im Level verstreit Und so konnte man sich Chaos Emeralds holen Ja In Episode 1 ist das Special Stage in den wir jetzt reinkommen werden Genauso wie bei Sonic 1 Und bei Episode 2 genauso wie bei Sonic 2 Ja Genauso nicht aber So ähnlich Und zwar können wir Äh Spiele dieses Level indem du den Spielbildschirm mit dem Stick oder dem Steuerkreuz neigst Durch drücken von A oder B springt Sonic Lass Sonic zum Chaos Emerald wirbeln Okay Das bedeutet wir können die Welt drehen Das ist schon mal anders als bei Sonic 1 beim Special Stage Weil da hat sich die Welt eben automatisch gedreht Weil wenn an bestimmte Punkte An bestimmte Blöcke angekommen ist Hat sich die Welt dann in die andere Richtung gedreht Und durch Und wir müssen immer eine bestimmte Anzahl Ringe in einem Abschnitt sammeln Damit sich der nächste öffnet Und die Pfeile Den Pfeilen sollten wir normalerweise immer folgen Na das waren Goal Blöcke Und ja dann verlassen wir den Special Stage leider ohne Chaos Emerald Und das wollen wir doch nicht So Schauen wir dass wir hier unbeschadet durchkommen Hier müssen wir wirklich unbeschadet durchkommen Hier haben wir keine Möglichkeit mehr Ah das geht doch Haben wir sehr gut erledigt Sehr viel Restzeit Und wir haben den ersten Chaos Emerald erhalten Ich versuche im Let's Play natürlich alle Chaos Emeralds zu bekommen Ähm ja Natürlich Und versuche ich's Ich weiß nicht ob's klappt Ähm Könnte schwer werden Aber wir können jetzt alle Von allen Leveln Akt 1 bis Akt 3 spielen Und die Speziallevel können wir noch frei wählen Natürlich nur die in denen wir schon waren Also in Level 2,3,4,5,5,5 und7 Können wir jetzt noch nicht machen Aber wir können Level 1 nochmal versuchen Und sogar im Zeitangriff Wie schnell wir das schaffen Haha Eigentlich ziemlich cool So Ja Wie ihr seht 4 Level gibt's 4 Zonen Also werden das voraussichtlich normalerweise 4 Parts Außer wenn natürlich eine Zone länger dauert Werde ich natürlich den Part teilen Also werde ich euch dann nicht Werde ich mich dann nicht verabschieden Sondern bin einfach weg Und wir sehen mich im nächsten Part wieder So Aber die erste Zone sollten wir eigentlich in 20 Minuten oder so beenden Naja halbe Stunden Parts kann ich eigentlich auch machen Mal schauen wie lange es dauert Mit Level 2, Akt 2 Geschwindigkeitsrausch Splash Hill Zone haste Okay So Jetzt haben wir hier schon ein neues Element Wo wir uns Nach oben schleudern lassen müssen Okay Können wir ja machen Spricht nichts dagegen Achso So Wir können natürlich Das habe ich ganz vergessen zu zeigen Natürlich weiterhin Was hier? Das haben sie natürlich nicht rausgenommen Haha Wäre ganz schön doof Weil das brauchte man auf jeden Fall Und braucht man die ja auch in dem Spiel Um auf ein paar Punkte Auf ein paar Punkten nach oben zu kommen Wenn's normalerweise nicht klappen würde Oh na Passiert nichts Zum Glück Natürlich gibt's auch wieder Stacheln Die aus dem Boden noch rauskommen Und wieder verschwinden Genau Wir wollen natürlich nichts übersehen Aber da haben wir sowieso schon sehr viel Aber naja Nicht das was offensichtlich ist Können wir uns einmal mitnehmen Ja! Au! Mist! Tja Tja Sind unsere 100 Ringe Oder fast 100 Ringe Wieder weg Schade Natürlich Gibt es wieder Hier Turbolaufschuhe Ja! Mit denen wir uns Wer hätte es gedacht Mit denen wir viel schneller rennen können Yeah! Was ein Sonic Spiel ausmacht Und das machen wir jetzt auch Versuchen ja nicht allzu viel Zeit zu verlieren Und schauen was Sonic für so viel Speed drauf hat in dem Spiel Aber da ist es auch schon wieder vorbei Und ein Leben haben wir auch noch Super! Und das war wieder das Ziel Yeah! Und den Ring haben wir auch geschafft Genau! Der Ring kommt erst wenn man 50 Ringe Äh wenn man mit 50 Ringen im Ziel ankommt Sonst leider nicht Ja! Ich checke gleich meine Nachrichten Jetzt geht es erstmal weiter Mit dem zweiten Special Stage Mal schauen ob wir den gleich auf Anhieb schaffen Ich versuche es natürlich Wieso nicht? So! Okay Natürlich werden die auch immer schwerer Also es gibt immer mehr Todesblöcke Oder Goal-Blöcke Oder Goal-Blöcke Todesblöcke wären ein bisschen zu übertrieben Für ein Sonic-Spiel So! Achja! Ich liebe Episode 1 Äh nein ich liebe Sonic 4 Egal was die anderen sagen So! Hauptsache 2D und Sonic Und man ist schnell Also was soll man denn? Was will man denn mehr? Ich finde ja nicht dass ein Sonic-Spiel mehr braucht So! Zusehe Zeit holen wir uns natürlich Und natürlich schaffen wir es auch nicht wenn die Zeit abgelaufen ist Also wir können entweder verlieren wenn wir an so einen Goal-Block kommen Also so ein Rufzeichen-Block ist er ja hier Äh in Sonic 1 ist da Goal drauf gestanden Ja hier sind es einfach eine Rufzeichen-Blöcke Da kommen wir natürlich Da kommen wir auch keinen Chaos Amoral Tja! So ist das! Na dann wagen wir uns noch gleich in Level 3 Sprint bei Sonnenuntergang Aha! Schöne Musik und Schöner Sonnenuntergang Sehen wir gleich Hier ist jetzt noch die Wand davor So und hier sind wir auch noch nicht viel von der Sonne aber Sonnenuntergang kann man erkennen Soaaa Na gut Ja sorry wenn ihr mich in diesem Part noch nicht so ganz Gut verstehen könnt Falls die Musik ein bisschen zu laut ist Das werde ich dann natürlich Bevor ich den nächsten Part aufnehme Ändern So! Hier haben wir neue Seiten Oder Altbekannte Seiten Aber haben wir in dem Spiel noch nicht bekommen Eine Schutzblase Die uns vor einem Angriff schützt Also verlieren wir beim nächsten Angriff nicht unsere Ringe Sondern nur die Schutzblase Aha! Hier haben wir einen geheimen Gang Und hier ist Ein Leben! Von denen bekommt man in dem Spiel Äh In der Episode 1 auf jeden Fall sehr viele Ich weiß nicht ob das in Episode 2 wieder geändert ist Oder ob es so noch immer so viele gibt Das werden wir ja bald rausfinden Erst schauen wir was in Episode 1 passiert ist Soll unser Leben ab Natürlich wollen wir hier oben weiter Wo wir Turbo Schuhe haben Super Turbo wie ich ihn als Kind immer genannt habe Haha! Super Turbo! Oh yeah! Ah! Das ist Sonic! Wo man so durch die Levels rasen kann Was ist daran schlecht? Wie immer dieser Kritiker Wie immer dieser Kritiker So! Und das war's noch nicht der Level 3 Hat wieder so ausgeschaut Haha! Kann man ein bisschen erkennen an der Form Wie der Level Aufgebaut ist zum Schluss Wie gesagt Wir haben einen sehr langen geraden Weg Bis zum Ziel So wie hier Haha! Wieder in den großen Ring Super! Drei Ake sind wir jetzt im ersten Level Das wär super Mal schauen ob wir das hier auch hinbekommen Ah! Ja! Sonic 4 Gut gelungen wie ich finde Yeah! So! Okay! Level 3 sind wir schon Dritten Special Stage Na gut Schauen wir ob wir den auch so gut hinbekommen Die Zeit müssen wir natürlich auch achten Aber man soll auch genug Ringe nehmen Weil man weiß ja nicht ob da ein Tor kommt das sich mit Ringen öffnet Und wenn man da nicht genug hat Dann muss man wieder zurück Wo man vielleicht noch nicht alle Ringe genommen hat Naja Für diesen Blöcken muss man So Da ist zum Beispiel so ein Tor Das sich jetzt geöffnet hat Und wir sollten schnell hindurch Um uns wieder einen Zeitbonus zu holen So Jetzt rennt die Zeit aber schon wieder ab Dann holen wir jetzt auch noch den Zeitbonus hier Dann rennt die Zeit aber schon wieder ab Ich weiß nicht ob wann kommt der Warnton Auf 20 Sekunden Egal wir brauchen Zeit Okay Jetzt noch schnell hier durch dieses kleine Labyrinth Hier durch Innerhalb der nächsten 5 Sekunden Ja Klappt, klappt, klappt Dritten Kerlsemer Huh Ha Ist doch gut gegangen Ha Freue mich So Ja Ein Leben noch dazu Und wir können Nun den Bossack der Splash Hill Zone auswählen Super Und er heißt Showdown mit Dr. Eggman Oh yeah Okay Mal schauen was er diesmal parat hat Für eine coole Maschine Ach ja Das kennen wir schon Und das kennen wir auch schon Yeah Ach ja Das kennen wir schon Und das kennen wir auch schon Yeah Ja Ja Und das Ziel Nach ein paar Angriffen wird er wütend Und hat eben ein paar bessere Angriffe parat Au Ja Und dann noch viermal Und das war's Und wir hören wieder die coole Splash Hill Musik Wir sehen hier eine Kapsel Die wir aufschlagen können Um die Tiere zu befreien Juhu Ja Ja Und das war's mit dem Boss Holen uns unsere Punkte ab Und auf zurück zum Weltenbildschirm So Das war Splash Hill Zone Äh Von Sonic 4 Episode 1 Äh Danke fürs Zuschauen Und Hoffen wir das Zettel beim nächsten Mal wieder dabei In der Casino Street Zone Bis dahin macht's gut Euer Mark Tschüss